Für das Smartphone gibt es ja so manch praktische App und eine App, die ihr vielleicht besonders gut findet, sind die Blitzer-Apps oder eine Kategorie von Apps, denn die warnen euch vor Blitzern. Allerdings ist es nicht so ganz erlaubt, wenn ihr als Fahrer diese Blitzer-App anhabt. Es gibt ein paar Tricks, wie man möglicherweise doch noch vor Blitzern gewarnt werden kann und diese Tricks schauen wir uns heute mal näher an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und wenn ihr uns helfen wollt, zu einer Million Abonnenten zu gelangen, dann wäre es cool, wenn ihr ein Abo dalassen könntet. Denn so lange mache ich hier auf jeden Fall noch weiter, bis wir die Mio haben. Aktuell befinden wir uns in der sogenannten Taschenanwalt-Woche bzw. im WBS-Sommer-Special. Und da suche ich gerade meine Brille, denn die treuen Zuschauer, die wissen schon, was kommt. Ich sage euch etwas aus dem Taschenanwalt bzw. noch besser lese ich euch was vor aus meinem neuesten Buch, weil letztens Spiegel-Bestseller Platz 2, so hoch ist das Ding gekommen. Dafür danke ich euch recht herzlich und wer da Bock drauf hat, über die Caption oder den QR-Code kommt ihr ran. An den Taschenanwalt kostet 14,99 Euro für jeden bezahlbar. Darf ich mich mit Blitzer-Apps vor Knöllchen schützen? Im Radio hört man sie oft, Blitzerwarnungen. Die Moderatoren bedanken sich dann bei den aufmerksamen Fahrern, die der Redaktion einen Blitzer gemeldet haben und geben anschließend so präzise wie möglich durch, an welchen Stellen Autofahrer aufpassen müssen. Wenn das sogar im Radio durchgesagt wird, dann ist das ja auch sicherlich legal, oder? Stimmt, Blitzerwarnungen im Radio sind erlaubt, aber kann ich nicht stattdessen ständig Radio zu hören, einfach eine dieser Blitzer-Apps installieren? Ganz so einfach ist es leider nicht. Wird man nämlich damit erwischt, muss man ein Bußgeld von 75 Euro zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg. Denn die Straßenverkehrsordnung verbietet in § 23 Absatz 1c Straßenverkehrsordnung die Nutzung von Radarwarngeräten und, so sehen es die Gerichte, auch von entsprechenden Apps auf dem Smartphone. Auf Radio-Warnungen ist dieses Verbot allerdings nicht anwendbar. Der Unterschied zwischen Blitzer-Apps und Radio-Warnungen ist, Die Apps sind punktgenau und warnen den Fahrer dank GPS exakt an der richtigen Stelle davor, zu schnell zu fahren. Wenn jeder diese App nutzen würde, würde der Sinn und Zweck eines Blitzers ad absurdum geführt werden. Anders Radio-Warnungen. Sie sind viel allgemeiner und der Fahrer muss sich im genau richtigen Moment daran erinnern. Zusätzlich geht man davon aus, dass allein die Infos über die vielen Blitzer die Autofahrer sensibilisieren und dazu anhalten, generell aufmerksamer und langsamer zu fahren. Zurück zu den Blitzer-Apps. Wenn ihr auf der Straße angehalten werdet, darf die Polizei dann euer Smartphone untersuchen und prüfen, ob ihr eine solche App installiert habt? Nein. Ist euer Handy ausgeschaltet, habt ihr erst einmal gar nichts zu befürchten. Wenn die Polizei euch allerdings beobachtet, wie ihr vor der Kontrolle schnell das Handy ausschaltet, droht euch nicht nur ein Bußgeld wegen der App, sondern auch noch wegen der Nutzung des Handys am Steuer. Und das kann dann richtig teuer werden. Kleiner Tipp. Hat euer Beifahrer die Blitzer-App und gibt euch rechtzeitig bei der Fahrt Bescheid, ist das nicht verboten. Also bitte ab jetzt nur noch mit Beifahrer unterwegs sein, wenn ihr eine Blitzer-App nutzen wollt. Und das ist der kleine Tipp, der hier möglicherweise für den einen oder anderen ganz spannend sein könnte. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da oder Daumen rauf für dieses Video. Wir sehen uns an gleicher Stelle in der WBS-Sommer-Special-Woche. Morgen schon wieder. Bis dahin habe ich hier noch zwei schöne Videos für euch zusammengestellt. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen, liebe Leute. Und wenn ihr eine Rechtsfrage habt, hier seht ihr unsere Kontaktdaten. Erstberatung ist bei uns wie immer kostenfrei.